Hallo, hier mein Küken und damit recht herzlich willkommen auf unserem Osteen-Kanal und zum kleinen der Fan-Game. Heute bin wir zusammen Fred Bears Happy Diner. Vorher natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer Oli, die sich alles gar nicht machbar zu löschen werden. Vielen lieben Dank dafür. Für das Zeit. Wir haben hier eine Maske. Und hier sollte irgendwie ein Template sein. Ah, mit S. Oh ja, wieder tolle Kameraführung. Kann ich hier was zumachen? Ich hab ja nicht mal Licht. Freunde, was ist das für ein Spiel? Das ist doch wieder so ein Spiel. Genau für Miese-Fnaffin-Games. Halt, das packen wir doch volle Miese-Fnaffin-Games, oder? Leute, ich höre keine Cams, aber ich hab nur eine Cam. Na dann aber mal hier ab dafür und Prosti-Tosti. Freunde, wieso macht man wieder so eine Scheisse? Das ist doch der D08-15 Standard Schlunz und sowas kommt raus. Jetzt hab ich das Spiel kaputt gemacht. Jetzt hab ich das Sound weg. Die Musik ist weg. Freunde, ich hab's kaputt gemacht. Was ist das für eine Scheisse? Nee. Nee, nee, nee. Liebe Mitglieder, das ist exklusiv für euch. Ich versuch ja mein Bestes, aber es kommt nix Besseres raus. Real-Time. Freunde, es tut mir leid, dass ich euch so eine Scheisse bieten muss. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid wohl aufhören. Ich hab so Schmerzen. Freunde, I love you. Ich wünsch euch jetzt schon allen ein frohes Weihnachtsfest und bleibt bitte gesund, bitte. Und so wie ich beim Gamer-Sein im Livestream heute gesehen hab, geht's ihm auf jeden Fall gut. Grüße gerne raus. Freunde, macht's gut. Euer Rusty. Bye-bye. Höh. Scheiße.